Hallo und willkommen zum Thema Arbeiten bei XXXLutz. Über 18.000 Mitarbeiter zählt das Unternehmen und viele davon arbeiten schon seit langem im Betrieb. Natürlich hat es einen, oder besser gesagt mehrere Gründe, warum sich XXXLutz Mitarbeiter so wohlfühlen. Die sehen wir uns jetzt gemeinsam an. XXXLutz ist ein erfolgreiches Unternehmen und dieser Erfolg wird mit den Mitarbeitern geteilt. Zum Beispiel mit Provisionen, die zum Grundgehalt dazukommen. So wird Leistung auch wirklich belohnt und das beginnt bereits in der Lehre. Umgekehrt braucht es zum Erfolg ein dynamisches, optimal eingespieltes Team an Mitarbeitern. Daher ist die Aus- und Weiterbildung dem Unternehmen ein großes Anliegen und ein entscheidender Faktor für die langfristige Motivation des XXXLutz Teams. Ob in den eigenen Ausbildungsakademien oder in Seminaren, wer sich weiterbildet, hat die besten Möglichkeiten bei XXXLutz in verschiedene andere Bereiche und höhere Positionen zu gelangen. So bleibt der Job nicht nur abwechslungsreich, sondern bietet auch noch jede Menge Aufstiegschancen. Um weiterhin hervorragende Entwicklungsmöglichkeiten zu sichern, gibt es bei XXXLutz spezielles Coaching für Personalführung sowie umfangreiche Trainee-Programme für Nachwuchsführungskräfte. Ein weiterer Grund, warum XXXLutz Mitarbeiter gern und über viele Jahre im Betrieb bleiben, ist nicht zuletzt die Sicherheit des Arbeitsplatzes. XXXLutz expandiert seit den 1970er Jahren und ein Ende des wirtschaftlichen Erfolges ist nicht in Sicht. Ein sicherer Job auf Jahre also. Und eines der wohl wichtigsten Argumente ist das hervorragende Betriebsklima. Dank einem altersmäßig bunt gemischten Team und flexibler Arbeitszeiten fühlt man sich bei XXXLutz ganz einfach wohl. Für den XXXL-Wohlfühlfaktor unserer Mitarbeiter sorgen aber auch individuelle Teilzeitmodelle und viele Vergünstigungen. Zuletzt noch kurz zu unserem internen Motto. Es lautet, mit Sonne im Herzen gemeinsam zur Nummer 1. Das hat für XXXLutz eine tiefergehende Bedeutung, die wir kurz erklären wollen. Die Sonne steht für die Kraft, Freude und Ausdauer unserer Mitarbeiter. Im Herzen wiederum drückt unser Bewusstsein, ob der Tatsache aus, dass neben betriebswirtschaftlichen Fakten auch noch Platz für das Individuelle, für das Kreative und für das Gefühl sein muss. Mit diesem Motto verabschiede ich mich und sage auf Wiedersehen bei XXXLutz.